Hallo hier ist wieder Kay, seien gegrüßt und herzlich willkommen zu diesem Video und heute möchte ich mit dir die Beine trainieren und das mir so wichtig ist, dass auch wirklich Anfänger ein Workout machen können, auch für die Beine, ein schönes Training. Machen wir heute mal ein Training für die Beine auf der Matte. Nicht im Stand, wie ich das sonst immer so mache, sondern wirklich ausschließlich auf der Matte. Und ich würde mich freuen, wenn du mitmachst. Also darfst du dir jetzt, während ich den Timer stelle, eine Matte, ein Handtuch holen, eine Decke und mitmachenden weißt, nur vom Zuschauen wird das nichts. Bevor wir jetzt anfangen, möchte ich dir aber noch drei verschiedene Positionen zeigen, in denen du die folgende Übungsreihe ausführen kannst. Und wir beginnen mal mit der ersten. Das heißt, wenn du kompletter Anfänger bist, dann legst du dich in Rückenlage. Das ist deine Position für die folgenden Beinübungen. Wenn du Anfänger bist, aber auch schon ein bisschen fitter, dann kannst du die folgende Übungsreihe in der Unterarmstütz machen. Was mir dabei aber wichtig ist, ist, dass du nicht eingesunken, wie so eine Schildkröte da sitzt, mit einem Panzer auf dem Rücken, sondern dass du sagst, okay, ich möchte mein Brustbein zeigen, ich habe Spannung in der Körpermitte und ich will meine Schultern nach hinten. Achte darauf, dass die Ellenbogen unter den Schultern sind. Und die dritte Position, wenn dir das zu unangenehm wird, gerade so als Anfänger geht es dann recht schnell auf den Nacken, kannst du dann einfach die Hände nach hinten nehmen, die Finger zeigen nach hinten weg, auch hier Brustbein zeigen, Schultern schön tief, Spannung in der Körpermitte. Und du kannst jederzeit zwischen diesen Positionen wechseln. Das heißt, wenn dir das zu viel wird, kannst du in den Unterarmstütz gehen und wenn dir das zu viel wird, kannst du in den Rückenlage gehen. Das entscheidest du für dich selbst. Gut. Wir legen los. Nimm deine Position ein. Ich bin jetzt hier in der Unterarmstütz. Schreck dein rechtes Bein lang aus und hebe es dann auf Kniehöhe des linken Beines an. Und wieder senken. Heben und senken. Ein letztes Mal. Leg das Bein ab, nimm den Fuß fletzt, schieb die Ferse weg von dir und mach das Gleiche nochmal. Und ein letztes Mal. Jawohl. Leg das Bein kurz ab, drehe den Fuß nach außen, hebe das Bein an und wieder senken. Es ist jetzt also schön wieder Außenrotation und hebst und senkst wieder auf Kniehöhe. Ein bisschen Spannung in der Körpermitte halten. Letztes Mal. Dreh wieder zurück, Fuß wieder Point. Jetzt heben wir an und kreisen über die Seite nach unten. Anheg und kreisen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt das Bein auch weiter nach oben anheben. Was ganz wichtig ist, ist, dass deine linke Seite sich nicht mitbewegt. Ein letztes Mal. Leg das Bein ab, lockere es auf, lockere dich auf den Oberkörper. Wechsel hier die Beine. Ja, wir haben zwei davon. Fuß Point, heb auf Kniehöhe und wieder senken. Letztes Mal. Ablegen, Fuß flexen, schieb deine Ferse schön weg und heb das Bein an. Denk auch immer wieder an den Oberkörper, dass du hier schön in der Länge bist und nicht eingerundet da sitzt, mit den Schultern nach vorne gezogen. Und ein letztes Mal. Leg das Bein ab, geh schön in die Außenrotation, Fuß nach links und bring dann das Bein hier nach oben. Letztes Mal. Bring das Bein wieder nach unten, dreht es zurück, Fuß ist breit, Bein geht hoch und kreist über die Seite. Schön mit der Länge des Beines arbeiten. Ach, drei, zwei, zwei, drei. Wir gehen in Rückenlage. Du holst hier die Knie ran, streckst die Beine lang nach oben, öffnest hier die Beine und schließen. Deine Arme liegen am Körper, öffnen, schließen. Und ein letztes Mal, beuge die Beine, stell die Füße auf, streck die Beine etwas länger, komm nach oben in die Stützposition, Füße ran und jetzt heben wir den Po, strecken das rechte Bein lang und senken. Und links lang und rechts lang und links. Auch hier wieder mit der Länge der Beine arbeiten. Hoch den Po. Und letztes Mal pro Seite. Sehr schön, Po ab, dring die Füße nach vorne, richte dich auf, lockere dich hier ein bisschen auf und die Beine mal lang strecken und auflockern. Ja, und schon hast du wieder ein 6 Minuten Workout geschafft heute für deine Beine. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, genüße jede Sekunde. Bis dahin, mach es gut. Ciao. Bis K. Bis K. Bis K. Untertitelung des ZDF, 2020